willkommen zurück bei let's play crash bandicoot 4 it's about time heute mal ein anderer wieder mal ein anderer skin mit cyber upgrade haben wir ein cyber typ so sehen wir übrigens so road trip Wie viele gibt es da? 168. 168. Yeah. Fail. Vor allem war das nicht mal Nitro, sondern nur TNT. Das war dumm. Zack. 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 Down. Weg mit dir. Ja. Oh. 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 Verpiss dich. Checkpoint. Ey, ich bin ihm doch gar nicht in die Kettensäge Mann Okay, das kann ich mir selber nicht erklären Diese Arschlöcher Egal, einfach weg von denen Alter Gut, weiter Oh, da war Nito Nochmal Nochmal Okay Ist jetzt jetzt aus? Wunderschön Okay, die sind tödlich Sind die eigentlich immer tödlich oder nur? Wenn die hier gerade in Anführungszeichen speien Nein, die sind nicht immer tödlich, die Blöcke Nur wenn die gerade speien Weg mit dir Akku, Akku Das heißt, wir dürfen uns einmal treffen lassen Weg mit dir Diese Arschlöcher Ich kann nicht leiden Aha, und jetzt bin ich unbesiegbar, oder? Für eine gewisse Zeit Checkpoint, gut Ah, das ist in der Osa-Tod Mann! Ich hab's doch gar nicht berührt Los! Also das Niveau dieses Spiels ist Oh! Ah ja, da war was Huch, check Schalten die eigentlich auch mal aus oder wie genau soll ich das machen? So nicht Aha Die sind anscheinend nur tödlich, wenn die rot sind Blau Ja, da kann ich durch Okay I understand Oh! 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 Ja, da kann ich noch ein bisschen gut danke und jetzt ach du scheiße ist das geil Alter what the fuck checkpoint nächste kugel gut geschafft 148 von 168 level abgeschlossen weiter und nun stage dive aber zuerst es gehen auf profi zocker das kann ich mir unter stage vorstellen ich weiß es nicht okay okay das scheint ihm zu schaden weg von meinem roboter oh man aber okay ich glaube ich habe einen Plan und jetzt erster treffer gut von 4 das geht jetzt anscheinend so weiter jetzt kommt erst mal ach du heilige ah fuck ey aber gut das bleibt ihm anscheinend abgezogen abgezogen zweiter alter alter das ist der bosskampf ist echt arg das ist ork zack der der nicht schade Und jetzt geht's. Zweimal, gut. Einmal noch, komm. Los, 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 los. Zweiter Treffer, gut. Heißt noch zweimal, wie es aussieht. Ach, gut, Schande. Da sind Reflexe gefragt. Aber es scheint, auf diese grünen darf ich auch drauf springen. Nein! Gut. Ja, komm, da kann ich doch nix für. Einmal. So. Zack. Los, los. Ein Leben hat er noch. Äh, what the... What the fuck? Fuck. Aha, ich glaub, ich weiß, was das soll. Einmal. Einen muss ich noch. Doch, die werde ich kaputt machen. Ja, drei, zwei, eins. Ja. Geschafft. Die Stunde hat geschlagen. Das war's. Meine schöne Schaffung. Das war's. Oh, die Schaffung. Ja, ich kann auch. Oh, die Schaffung. im nächsten part machen wir dann weiter mit salziger kai 17 17 und ruft der beute dann aber wieder mit standard skin wenn euch das wieder gefallen hat lasst eine bewertung da bis zum nächsten part bis dann und ich wünsche euch tschüss